Astoria-Kreisel. Der Astoria-Kreisel erinnert an Waldors erster, alteste und weiteste entfernte Partnerstadt Astoria, USA, Oregon, die seit 1963 Syster City ist. Verbündet sind die beiden Städte durch Johann Jakob Astor, dessen Heimatort Waldorf 1811 gründete und er am Columbia River Fort Astoria aus dem sich Astoria entwickelte. Durch gegenseitige Besuche, Schüler, Austausch, engagierte Vereine und Freiburgssonnen ist die Freundschaft lebendig, die von Meier Harry Steinbach und Bürgermeister Wilhelm Willinger im Jahre 1963 geschlossen wurde. Zum 250 Geburtstag von Johann Jakob Astor und dem 50 Jubiläum der Staatspartnerschaft wurde der Kreisel am 16. Juli 2013 mit offiziellen Gästen aus Astoria eingeweiht.